Herzlich Willkommen! Was machen sie hier an meiner Wand? Ich habe sie schon gewertet. Okay. Ah ja, stimmt. Ich bin kein Sport. Was machen sie hier in meiner Spielhalle? Das ist ja meine ganze Sache hier. Ah, ich habe gemeint, es gehört mehr. Nein. Okay. Komm mitarbeiten. Wir machen jetzt eine Mission. Wir machen gut, damit er geht. Halt dich mal. Wir haben die letzte Folge gemacht. Was haben wir die letzte Folge gemacht? Eine Vorbereitungsausrüstung. Das ist der erste Teil. Was machen wir jetzt? Welche Teil? Ja, und dann will ich das auch gerne los. Nein, tschüss! Hilfe! Ja. 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 Absolut. So. Wartungsausrüstung. Wartungsausrüstung. Los! Auf los, los, los. Auf los, jetzt los. K С abilities line. Alles mit. Handyman. popcorn env بتintät combien. Ich weiß. Fanaden Schrank. Buchweller aus, das ach도 successes sind. Da habe ich so eine Frage. Du darfst nicht... Aua! Du Doof! Dort vorne ist mein Deluxe. Oh, da brennt es. Wieso brennt das dort? Ich weiss nicht. Ah, du auch nicht. Wie kann man hier schon wieder anfangen zu fliegen? Mit Y. Ich kann schon länger... Mit X. Nein, ich gehe gerade mit E sogar. Mit F. Mit F kannst du den Superboost anmachen. Warum bin ich auf das reingehört? Ich weiss es nicht. Warum versuche ich das überhaupt? Weisst du warum der Deluxe fliegt jetzt davon? Den Superboost machst du mit all den Vierern. Ja. Was mache ich jetzt mit der Deluxe? Sonst ist der Doob in der Luft. Pfff! Warte damit es nicht runterkommt. Ich weiss es nicht. Ich habe es nicht gewaffnet oder so. Ich habe mir das zuerst mal in die Nähe gekommen. Pfff! Pfff! Wie dumm du auch bist. Du bist dumm. Mit der Sache, ich habe Gott zu sagen. Du weisst doch, dass ich es nicht so gut bin. Haben sie ihr Auto wieder? Sieht nicht so aus. Das sagt immer noch der Doob. Pff! Wir haben jetzt ein Auto geklaut und versuchen jetzt irgendwie hinzukommen. Pfff! Ich weiss nicht wo das Auto ist. Aber ich kann dir versuchen zu helfen. Aber ich weiss nicht wo das Auto ist. Ich fahre einfach runter und ich mache dann Luftattacke. Oh, da ist so ein Pfeil. Weisst du, wir hatten ja eigentlich eine Mission. Und ich will jetzt zu einer anderen Mission. Turn it up! Ich weiss immer noch, wo das Auto ist. Aber... Ja, ich muss sagen, was ich mache. Es ist gut, dass du nicht weisst, wo es ist. Wenn du es auf der Karte so gesehen hast. Oh, wir gehen durch den linken Tunnel. Woaaaah. Woaaaah. Wo ist das gut, Matthias? Pfff! Es hat voll Spektak. Ah, da! Es ist gelandet. So. Ich kann weitergehen. Ich kann weitergehen. Also, jetzt geht's. Es ist nie etwas passiert. Nein, nie etwas passiert. Au, scheiss Palme. Die Palme ist einfach... Jamie, die Palme ist in mich hineingerast. Ja, aber was haben wir denn vorher? Was haben wir es vorher gehabt, bevor alles um dich gelaufen hast? Hä? Von dort brennt es. Von dort brennt es haben wir es gehabt. Ja, du hast gesagt, dort brennt es. Du kannst dir nicht vorstellen, warum. Oh, schau! Ja, da brennt es auch. Da brennt es auch. Das ist der Punkt. Ja, es hat uns alle brennend heiß interessiert. Ja, es hat uns alle brennend heiß interessiert. Hey, ich habe mich langweilt. Das hätte ich lieber in die Schule gehen, als äh... Wie etwas zu machen. Ja, ich hatte doch auch nichts dafür. Sie können alle Schuhe lang. Streben in die Kommentare. Streben, Streben, Streben. Kommentar. Das war gut. Es sind einfach 5 Kommentare hintereinander. Oh nein, jetzt habe ich einfach verletzt. Weg da! Ich glaube, ich würde aufhören mit der Agete, wenn ich nicht weiss, was die Mission ist. Oh. Das ist der Autoklauer, ja? Ah, aber ich habe zwei Leute umgebracht. Also habe ich alles gut gemacht. Ich fahre. Ja, ich weiss. Oh, let's go. Ich mache Safety, Safe, Safe. Oh, dorthin möchte einer stressen. Ja. Was seht ihr, ey? Zu den ROOF? Wie... Hä? Wie sollen wir das aufs Dach vom Casino bekommen? Das ist jetzt das Problem von Spür. Ja, ja, du. Also, solange da nicht Fliege haben... Ah ja, oder? Du siehst nicht die klebrigen Reifen, die er hat. Ich kann dir da drauf fahren. Du fahrst einfach die Wand auf. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Was willst du? Vielleicht hat es hier einen Boost. Das Auto provoziert mich. Ah, vielleicht geht eben hier der Boost. Ah, das mal ist er nicht drauf reingefallen. Was, sorry? Was hast du gesagt? Nein, ich kann einfach nicht zurücklassen. Der Boost. Der Boost. Der Boost. Mit F. Nein. Kommt er nicht? Dann darfst du das Auto nicht halten. Dann muss ich das leiden. Es ist einfach schwer. Okay, gut zu wissen. Das ist einfach. Was wirst du da hinten? Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hast du gegessen? Frontal. Vollfrontal. Wie für dich sind wir Frontal? So, ich muss mir jetzt einen Parkplatz gönnen auf deinem Dach. Ah, scheiße. Hey, sexy. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was hat denn das? Ich kann mich nicht auf dir parkieren. Aber du hast keine Gastfreundlichkeit gezeigt. Tatsächlich nicht, nein. Was willst du? Schau. Vorne brennt es. Vorne brennt es. Was willst du, Alter? Was willst du, Alter? Schärf dich auf die Seite, du Zwerg. Alter. Vorne brennt es. 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 Hier lebt noch ein. Alter, das hätte in die Hose gehen können. Ich war ja gerade weg. Der hat die Klappe hinten aufgemacht. Ist das ein Secret? Das ist ein Secret, Alter. Das ist einfach Amogus. Amogus, nein. Amogus. Alter, die Märchen rennt so Amogus davon, Alter. Er hat mit dem Luftkissen angezogen. Oder wie die da sind drin. Amogus, ja. Oder auch so ein echter Amogus. Er nimmt den Shotgun und schiesst den. Was? 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 Wir sind ganz kinderfreundlich unterwegs auf diesem Kanal. Ja. Hey, yo. Hey, yo. Ich liebe Kinder. Wissen Sie, wieso man umbringt? Ja. Wie das ganz böse Menschen sind. Wie das ganz böse Menschen sind. Okay, warte schon. Jo, und wie kommst du aufs fucking Dach, wenn ich vorg, wieso. Oh, wir müssen einen Lift nehmen oder so. Ja. Oh, wir müssen da rein. Oh, warte, warte. Oh, warte, warte, warte. Hallo, wir sind auch ganz nette Menschen in einem Anzug. Wo müssen wir rein? Oh, wir müssen zum Eingang vom Casino. Zum Casino-Eingang. Zum Casino-Eingang. Zum Casan-Gang. Zum Casan-Gang. Sonja, aber warum haben wir das zuhause gekommen? Ja, weil deine Chemikalien sind ganz giftige, mit denen wir alle umbringen werden. Ich meine natürlich zum Schofen bringen werden. Weil die eben eher schlafen können nicht gut einschlafen. Und dann helfen wir denen. Ein langer, tiefer Schlaf. Oh, da vorne ist wieder unser guter Kollege, der Casino-Typ. Er hat überlebt. Er ist scheisse. Er ist scheisse. Er ist scheisse. 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 Ah, scheisse. Ich bin da oben. Ich bin auch da oben. Und jetzt müssen wir eine Wand finden. Oh, wir hatten vorher von Amogus her. Oh, vorher noch von Amogus. Und jetzt suchen wir Wands. Ei, ei, ei. Sedek, bist du dein Postel? Nein, ich bin kein Postel. Nein. Ah, da oben müssen wir. Ah. Ach, das ist der Container. Ich habe das Teil so oft schon in meinem Tag gehabt. Schüttet die Chemikalien mit. Aber nicht gewusst, was es ist. Oh, je, Memo. Ey, was muss ich jetzt machen? Einfach da rein gießen. Ach so. Oh, man. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie das Benzin. Aber irgendwie hat es nicht brennt. Das Problem ist das hier. Benzin. Soll ich noch in eine andere Lüftungsanlage? Ich habe noch, vor allem auch. Noch nicht. Ich habe noch 70 Liter. Hör lieber auf mit deinem Zeug hineinschütten. Ich würde lieber nur das, was wir hier müssen. Ne. Die Performance sind noch komplett vergiftet. Ja, dann. Ich gehe mal durch den Fallschirm schnabellieren. Weil es sich keiner hätte. Schreliber! Oh, nein. Da ist doch der Rasse erst. Au. Ja, gut, ne? Dann können wir machen. Bestimmt noch rein gießen. Ah, nein. Du hast den Fallschirm gezogen. Oh, ich habe eine schöne Landung hergelegt. Sodeli. Jetzt haben wir ja kein einziger Gegner gehabt in der Mission. Komm. Ah. Du fährst selber. Mach doch den Strossweg. Freie Bahn. Da brennt es. Wieso brennt es da? Ich weiss nicht. Warte. Das wird teuer. Das wird teuer. Kannst du mich bitte mitlesen? Hallo, hallo, hallo. So durch. Rägete. 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 Rägete ist auf dem Weg. Der Frenz bin ich plötzlich. Und du furchst dich, wieso brennt es da. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. So, ich muss mir mal zu meiner Versicherung anrufen. Rägete. 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 Okay. Vielen Dank für die Blumen, für das Zuschauen und für das Volumen. Selix sammelt hier jetzt Geld auf und ich sag noch Big auf und Selix sagt Hör auf. Hör auf! Und das Geld ist wenig und er sagt auf. Ich hab gesagt Hör auf, nicht auf. So, dann verabschieden wir uns beim Selix, mein Vater. So! Babiiiiiii! Warte, zeig ich mal kurz zu den Mutten. So! Wir haben auch noch kurz. Mamiiii! Und aufs WC gehen wir jetzt auch noch kurz. So! Hoi, Jamie! Aber das können wir nicht im Video zeigen, wie wir beide aufs WC gehen. Doch! Nein, das geht alleine nicht. Ja, ich komme gerade Jamie, geh du schon mal rein. Leute, ich habe jetzt hier mit Jamie etwas vor. Nicht Falsches zu denken, wir müssen nur etwas erleben. Et am besten. Ich wünsche euch einen ganz geilen Tag noch. Wollen Sie einen E-Cola? Okay! Hör auf, ich komme Jamie, wir gehen rein. Hör auf, ich komme non-gibli. Gehirn f 버렸 man. Mein Gehirn kann das langsam nicht verarbeiten.